Shalom Aleichem, wir lernen weiter den Meimer von dem Rebbe, Ve'atot et Zave, Tovshin und Beis, 1992. Der letzte Meimer bis jetzt, was der Rebbe hat, Korrektur gemacht und Lektur, A-Gah in seine Hand. Und er hat das auch verteilt an Männer, Frauen, Kinder, plus zwei Dollar und Lekach. Und der Rebbe erklärt jetzt, um die Abfolge im Meimer, das Rebbe Rejats, vorige Rebbe, zu verstehen. Müssen wir einen Schritt zurückkehren und seine Gesamtstruktur untersuchen, zu beginnen zu erklären, was der Rebbe Rejats hat gesagt. Das heißt, der Rebbe baut diese Meimer, die jetzt gegeben 1992, und er zählt das erste Mal Tovshin und Beis, 1981, über die Wörter von dem vorigen Rebbe, Rebbe Rejats, 1997, 27, 1927. Tovshin, Prisain. Was haben wir gelernt bis jetzt? Wir haben gelernt bis jetzt, dass Moshe Rabbeinu verbindet uns zum Oren Sov. Er ist der Hirte des Glaube, aber er verbindet auch zwischen uns. Er macht von uns einen guten Team. Team bedeutet Zewet. Das ist ein Mensch, hilft dem anderen. Wobei, muss ich etwas sagen, Moshe Rabbeinu war ein Schafirte in Mitzrayim, aber nicht alle Juden sind raus von Mitzrayim, leider. Nur Fünftel sind raus, das heißt, die meisten sind nicht rausgekommen. Weil sie haben an Moshe Rabbeinu nicht geglaubt. Aber beim Ankommen von Moshe Rabbeinu steht geschrieben, Also niemand, no Jew, left behind. So gibt es so einen Schlag hier. Also niemand bleibt verloren. Und dann haben wir auch gelernt, dass Moshe Rabbeinu ist die Hirte bis heute. Und auch Mordechai Atzadik hat gesammelt Gruppen. Er hat verstärkt die Emunah. Er hat verstärkt das Ausüben von Tora und Mitzvot. Und er hat auch die Leute gesammelt. Und die letzte Sache, was wir haben gelernt, dass wenn die Neschome ist zu bröchen, sie ist, wie man sagt, ein bisschen gepresst, da erweckt man die ursprünglichen Ohren. 1920, wenn der vorige Rebbe gesagt hat, dieser Meimer, war Josef Stalin der Chef in Russland. Und die Chassidien haben sich gesammelt in Moskwa. Und der Rebbe selbst wusste nicht, dass zwischen den 30 Leuten sitzen auch Mastafim, also dritter Agent, also Spionen von Jevessektien. Und das beginnen wir jetzt zu lernen. Es steht in Schriftrolle Esther und die Juden nahmen auf sich, was sie beim Geben der Tora begonnen hatten zu tun und das Mordechai ihnen schreibt. In anderen Worten, die Annahme der Tora war nicht vollständig, bis zur Zeit von Purim. Was heißt das? Es überrascht, sagt der Rebbe Rejatz, dass die Juden unter die Persischer unter Druck und in der Lage waren, die Tora vollständig anzunehmen, während es sie die spirituell erhebende Generation der jüdischen Geschichte nicht war. Der Vergleich zwischen den beiden Geschichtenperioden ist erstaunlich. Das heißt, der Rebbe sagt, lass uns jetzt sehen zwei Epochen in der jüdischen Geschichte. Beim Tora-Gebung, also vor 3333 Jahren, als Hashem hat gegeben die Tora, was war dort? In Matan-Tora, bei der Tora-Gebung? Jüdischer Volk auf einer außergewöhnlichen, hohen spirituellen Ebene gewesen. Göttlichkeit wurde ihnen beim Geben der Tora auf eine Weise offenbart, die in der jüdischen Geschichte beispiellos ist. Sie hatten gerade die Wunder in Ägypten und die Teilung des Meeres miterlebt. Also welche drei Sachen waren bei der Tora-Gebung? Sie waren selbst in der höchsten Stufe von Spiritualität. Höhe geht nicht. Zwei Gottesbegegnungen von oben nach unten waren die höchsten seit immer und eh. Und sie haben selbst erlebt, so viele Wunder in Mitzrayim und beim Auszug von Mitzrayim und beim Spaltung des Meeres und in Purim, was ist andersrum in der anderen Epoche. Jüdisches Volk auf einem sehr niedrigen religiösen Niveau, dass Deckert von Purim war eine geistiges Ebene Teilnahme der Juden am nicht koscheres Festmahl von Achashverosh, viele praktische Hindernisse, die Tora und Mitzvot zu befolgen. Also der Friedrich-Rebbe sagt etwas sehr Interessant. Dass hier in dem Exil von Purim, beim zweiten Periode, haben sie vollkommen und vollständig bekommen das, was sie haben bekommen, beim Tora-Gebung. Die vollständige Tora-Gebung war die Bundestafel am Yom Ha-Kippurim, am Versöhnungstag. steht geschrieben in Gemara, Schabes 88, Purim, Ke-Purim, also Yom Ha-Kippurim, war das erste Mal, wo die Juden haben bekommen die Tafel, vollkommen nach der Versöhnung. Und beim Purim, viele Jahre später, in Galut, in Iran, in Persien, haben sie es bekommen von Wille. Dann müssen wir zwei Wörter verstehen. Beim Tora-Gebung steht geschrieben, Das ganze Israel hat gelagert. Aber das Wort Vajichan zeigt Singular. Plural, so geschrieben steht Vajachanu. Warum steht geschrieben Vajichan Israel? Steht geschrieben, Ein Mensch, ein Herz. Also sie waren alle miteinander so verbunden in ihre Stimmung, das war alles okay. Also wir haben gesagt, dass die Tora-Gebung waren drei starken Sachen. Das Volk war in die höchsten Niveau. Hashem ist runtergekommen in die powersten Niveau. Und die Zustand von Am Israel in dieser Zeit war sehr, sehr hoch. Aber jetzt kommt der große Aber. Sie wollten nicht die Tora. Hashem hat sie gezogen. Hashem hat gesagt, wenn ihr nimmt die Tora schön, wenn nicht, hier ist euer Grabort. Jetzt. Wenn ein Mensch nimmt etwas und er ist damit nicht einverstanden, hat man ihn gezwungen. Ist das in Ordnung oder nicht ganz? Nicht in Ordnung. Jetzt. Sagen wir, ein Papa wird gezwungen, von seinen Kindern zu schreiben ein Testament, das er nicht will. Gut. Und die Kinder haben ihn gezwungen. Ein anderes Kind, nachdem der Papa geschrieben hat, macht eine Anklage, dass diese Schrift ist ungültig. Das nennt man Irrur. Er erwackelt die ganzen Systeme. Dann nimmt man das zum Gericht und man muss das noch einmal bearbeiten. Wenn es wurde beglaubigt, dann kann man das nicht wieder widersprechen. Das heißt, in einer Sache ist die Toregibung Luchotaschni, in zweiter Tafel, am Yom HaKippurim ähnlich zum Yom Purim. Es gibt nur einen Grund, warum die Juden zur Zeit von Purim eine höhere Stufe errichten. Ihre Selbstopferung oder das Wort Mesirut Nefesh, Self-Sacrifice, also sie waren bereit, sich zu opfern. Die Aufopferung dieser Menschen machte ihre Eigenschaften und Errungenschaften über länger als alles zuvor, sogar zur Zeit, das Gebens der Tore. sagt der Frieder Rebbe, stimmt, bei der Toregibung, die waren oben. Aschem ist Maximum runtergekommen mit der größten Power. Sie haben gesehen Wunder, aber sie waren nicht dabei, es ist nicht gekommen von innen. Die Aufopferung dieser Menschen in der Zeit von Purim war einzigartig. Sie weigerten sich, ihrem Judentum abzuschwächen und abzuschwören, was sie vor dem Dreck Hamans gerettet hatte und geärgert hatte. Und noch mehr, sie erfüllen unter Mordechais Führung die Tora und Mitzvot öffentlich, um ihre Ingabe für das Judentum zu zeigen, zu dieser Stufe der Aufopferung wurden sie von Mordechai inspiriert, denn Möische seine Generation. Das will ich erklären. Steht geschrieben in Gemara was Jehudi was bedeutet Jude? Sagt die Gemara Jehudi widerspricht Götze Dienerei. Jehudi ist einer der hat volle Emunah an Hashem und und er widerspricht die Götze Dienerei. In die Zeit von die Tora Gebung es waren nicht von unten nach oben durch die Menschen. Sie haben nichts getan. Aber die Zeit von Purim damals in Persien war es sehr gut mit realistisch, physisch, gesellschaftlich und es gibt ein Spruch in Zohar Tukfe de Gufhe Chulche de Nischmose Starker Körper oder Betonte Körper oder Lauter Körper Schwache Sele. Also immer wenn der Körper ist sehr sehr stark dann ist nicht gut. Gibt eine Pasuk in Teil Elim meine Seele ist zu dir durstig so wie eine Wüste ohne Wasser so will ich dich Hashem erkennen. Jeder Mensch weiß dass gerade dort wo etwas fehlt dort ist die Lust doppelt. Mordechai Yahudi wollte nicht beugen zu Haman wollte nicht das ist ein stolzeres nicht bereit Götzedinerei das erklärt der Vers und die Juden nahmen auf sich was sie aufgefangen hatten zu tun zur Zeit Purim vollzogen die Menschen die Annahme der Tora indem sie in der Praxis bewiesen dass sie unter geschränkt an der Tora festhalten wurden was heißt das Tora lernen ist nicht nur Theorie es ist nicht nur Spiritualität es ist praktizierende Wort Gottes in dieser Welt das ist die Idee das heißt um mit Hashem verbunden zu sein braucht man drei Sachen welche drei Sachen eins Emunah volle Emunah Hashem komplett stark sein wie ein Panzer und wie ein gewurzelter Mensch zwei halten die Tora mit Wort beten und lernen drei Kihilot verbunden sein mit Hashems Volk das sind die drei Wege was hat gemacht Mordechai Mordechai als er hat gesehen so ein schlimmer Befehl von Purim hat er gesammelt alle Kinder Lach was haben die Kinder Lach gemacht geweint meh sagt Hashem was ist diese Stimme von die Schäfer Lach was ist diese Stimme von die Kinder Lach das ist interessant was ist passiert Shaul hat bekommen einen Befehl von Hashem zu vernichten zu fertigen die Amalekiten und er hat gelassen die Schäfer Lach weil er hat mit gefühl gejagt sie hat gesagt nein alles fertig und dann wenn Hashem sagt etwas muss man folgen jetzt damit verstehen wir voll Führung die Aussage in Maymer das Rebbe Rebbe wie die Messirut Nefesh die Aufopferung die Self Sacrifice Generationen von Purim eine solche Erhebungsstufe errichte die Aufopferung der Menschen stammte von Innersten der Seele die Neshome und rührte an das Innerste von Hashem wenn wir etwas tun wenn wir möchten Hashem berühren wir müssen selbst berührt sein es gibt ein einfacher Spruch Wörter die kommen raus von Herzen gehen rein in Herzen wenn sie gehen nicht rein im Herzen kommen sie nicht raus von Herzen genauso bei Hashem wenn die Jiden sind gedrückt und die sind ermiedrigt und so sagt der Rebbe in der Meiner von der Reberei Yatz stellt die Tatsache dass Juden die Essenz von Hashem erreichen indem sie sich Herausforderungen das Exils stellen Katit Lama Oh direkt nach die Beschreibung von Moishe als Hirte des Glaubens Raya Meemne das zeigt auf dass diese beiden Konzepte direkt miteinander verbunden sind nur mit Hirte das Moishe seiner Generationen ist der Mensch in der Lage die Essenz von Hashem Ma Or zu erreichen das heißt ohne Moishe Rabbeinu kann der Mensch spielen mit Phantasie Zusammenfassung und dann gehen wir weiter Es waren zwei große Zeiten jüdischer Geschichte Yom Kippur die zweite Tafel und er hat gesagt salach tiki dvarek rishab tif tzai und purim bad die torah gibung bei matan torah war eine höhe position aber es war ein zwang es war ein zwang Bisher haben wir gelernt, im Vers Weatate Zave, Hashem, der Moshe, seine Verantwortung darlegt, Juden mit Hashem zu verbinden. Jeder Jude hat bereits eine göttliche Seele und einen angeborenen Glauben an Hashem. Von seinen Eltern, Avroam, Yitzchok, Jakob, kommt Erbschaft. Die Aufgabe des Moshe ist es, den Menschen dabei zu helfen, dass der Gottesglaube in jeder Handlung zum Ausdruck kommt. Und nicht, dass er zwei Leben hat. Wenn er in Synagoge oder betet, gehört er zum Moshe Rabbeinu. Wenn er geht zur Arbeit, wird er ein Ganev. Nein, verbunden mit Moshe Rabbeinu bedeutet überall, in allen Seiten, verbunden sein mit Hashem. In jeder Handlung zum Ausdruck kommt. Wenn Moshe den Menschen dabei hilft, bringt das auch Moshe selbst auf eine höhere spirituelle Ebene. Das ist eine von den größten Neuigkeiten hier in der Meimer, dass nicht nur wir steigen und kriegen eine höhere Position durch Moshe Rabbeinu, sondern auch Moshe Rabbeinu durch uns bekommt eine höhere spirituelle Ebene. Der Ausdruck, zerdrückt zur Lichtquelle, lehrt uns, wenn ein Jude durch die Mühe des Exils gedrückt wird, Was macht das? Es befähigt ihn das, dass in die Essenz seiner Seele bekommt er eine Offenbarung. Wir sind nun dabei, den Zusammenhang zwischen beiden Sachen, dem Konzept zu klären. Die Aufgabe eines Rebben ist es, dem Menschen beim Verinnerlichen seines Glaubens zu helfen, so dass er bis seinen Alltag bringt. Das ist klar, ja? Also die erste Sache, dass der Rebbe bringt den Menschen, wie soll er verinnerlichen seine Glaubens und soll er reingendrinnen? Zwei, der Mensch erreicht das Innerste seiner Seele, indem er den Herausforderungen des Exils standhält. Die technische Frage bezieht sich auf den Ablauf des Meimers, das Rebbe, Riyad, vorige Rebbe, welcher Zusammenhang zwischen diesen beiden Konzepten. Die wirkliche Frage hier ist, wenn der Rebbe den Menschen mit Hashem verbindet und das Innere seiner Seele offenbart, wie hilft das Menschen gegen die Herausforderungen des Exils? Und dann, die letzte, was haben wir gelernt? Wir haben oben erwähnt, dass Juden einen grundsätzlichen Glauben an Hashem haben. Dafür gibt es zwei Ursachen. Eins. Die Seele hat viele Ebenen. Also mindestens fünf. Nefesh, Ruach, Neshomo, Chai und Yechide. Von denen einige innerhalb der psychischen Existenz zur Offerbarung kommen. Die Lebensenergie eines Menschen, seine Bewegungen, Sprache, Gedanken. Es gibt weitere, höhere Ebenen, die nicht zur Offerbarung kommen. Eine der höheren Ebenen der Seele, die zu spirituell ist, um die Begegnheit und Beengtheit eines physischen Körpers zu passen. Das heißt, Masolayu Chose. Die menschliche Seele sieht Göttlichkeit. Also nicht ich sehe, sondern, das haben wir gestern erwähnt, Masolayu Chose, mein Masl sieht. Die menschliche Seele sieht Göttlichkeit. Obwohl diese Fähigkeit nicht direkt innerhalb des Körpers offenbart wird, mit physischen Augen kann man Göttlichkeit nicht sehen, bewirkt sie, dass die Person einen Glauben an Hashem hat, die sie nicht erklären kann. Verständlich? Zwei. Die Essenz der Seele ist eines mit Hashem, so wie eine Person sich in der Tatsache bewusst ist, dass sie lebt. Kann ein Jude die Existenz Hashem spüren, weil er nicht, weil er eine mit ihm ist? Das will ich erklären. Wir haben in uns, in unserem Leber ist der Nefesh, in unserem Herz ist unser Ruach und in unserem Kopf ist unser Neshome. Aber es gibt noch zwei Teile von der Neshome, von der rechten Seite und der linken Seite, die heißen Chaya. Und es gibt eine über uns, heute nennt man das Aura, Keter, das ist die Jechide, die ganz höhere Estantien. Sagt der Rebbe, normalerweise, schon von Natur hat jeder ein Emunah, ein Glaube an Hashem. Was macht der Rebbe? Der Rebbe macht, dass diese Glaube, die sitzt unten, soll sie nicht bleiben nur in abstrakt, in übermetaphysisch, a priori, sondern soll sie kommen in Gedanken, in Sprechen und in Handlung. Was heißt das? Wenn ein Mensch ist gläubig, fragst du ihm, wie geht? Das erste Wort, was kommt raus von seinem Mund? Baruch Hashem. Gott sei Dank. Wer hat uns beigebracht dieses Wort Baruch Hashem? Von wo kommt das? Da gibt es sogar Leute, sie grüßen mit Grüß Gott, so wie Boaz, grüßt die Kotzrim. Von wo kommt das? Wer war der Erste in der Welt? Wo hat man ihn gefragt, wie geht es? Hat er gesagt, Baruch Hashem, Gott sei Dank. Wer war das? Glaube oder nicht? Jitro. Der Schwieger Vater von Moshe. Der Erste. Der Erste in die Geschichte. Steht geschrieben, Jitro kommt, Zweite Buch Moshe, sagt er, Baruch Hashem, der Erste in der Geschichte, du liest das ganze Erste Buch Moshe und so viele Menschen und es ist alles wunderbar und alle lieben Gott und glauben an Gott und Abraham glaubt an Gott und alles und sie bringen Menschen an Gott zu glauben. Was heißt Baruch Hashem? Baruch Hashem heißt, ich bring Gott in meine normale Sprache. Normale Sprache. Wie geht's? Gott sei Dank. Ich lese dir vor. Steht geschrieben, in Kapitel 18, in 2. Buch Moshe, ויומר Jitro, Baruch Adonai, אשר יציל ישכם יד מצויים ומיד פרו, אשר יציל ישכם יד מצויים. אתו יודעת, also schlitz dir auf Deutsch. Eine Sekunde. 10. Und Jitro hat gesagt, geläubt, geläubt, danke und gesegnet IS A-Sem. Was hat euch gerettet gegeben von der Hand von Mitzraim und von der Hand von Paró. Was hat euch gerettet von Volk von unter der Hand von Mitzraim. Jetzt weiß ich, as Adonai ist größer von allen Göttern. Jetzt weiß ich, as A-Sem ist größer von allen Göttern. Was heißt jetzt, weiß ich, dass Hashem ist größer von allen Göttern. Warum? Weil er hat euch gerettet. Und er hat euch gemütwillig und hat es gekommen auf sie. Und gerade danach, wenn Yitro sagt, Baruch Hashem, gerade danach, kommt die Offenbarung von der Toregibung. Das heißt, es gibt ein kleines Emunah und diese kleine Emunah heißt Baruch Hashem. Gott sei Dank. Steht geschrieben, dass der Baal Shem Tov, der Moshe Rabbeinu von unserer Generation, ist gegangen von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, von verschiedenen einfachen Juden und er hat denen gefragt, wie geht's? Baruch Hashem. Wie geht's die Frau? Gott sei Dank. Wie geht's die Mischproche? Gott sei Dank. Und so weiter. Und das hat er gemacht und das hat ihm gereicht. Weil in dem Moment, wo man sagt die einfache Wörter, Baruch Hashem, schafft man Hashem Krone im Himmel, Einen Tag kommt der Baal Shem Tov zu einem Dorf und in diesem Dorf war ein heiliger Toregelerter, ein Paruch, so wie ein Munch. Der saß in der Synagoge und er hat gelernt Toregelerter, er hat nicht mal Zeit gehabt zu Menschen. Er wollte heilig sein, wie sagt man, heilig mehr als den Priester. Also er wollte ganz heilig werden, halten Gott bei den Knie. Der Baal Shem Tov kommt rein und er hat ihn mal ignoriert. Der Baal Shem Tov kommt zu diesem Porush und er sagt Shalom Aleichem, wie geht's euch? Sagt der Porush nicht stören jetzt, nicht stören jetzt, ich bin jetzt beim Torelernen, du kannst mich nicht jetzt stören. Sagt der Baal Shem Tov, du bist ein Dieb, Shalom. Sagt der Mann, hat sich erschrocken? Sagt er, ich bin ein Dieb? Sagt er, Gott gibt dir gesund und Leben und alles und du kannst sagen ein einfacher Satz. Baruch HaShem und ich sage dir, Shalom Aleichem und du bist so Sparazam, so Geizik, Hashem zu Loben und es steht Gishrim min Prefetikhezken und wir sage das Yidmogen bei dem Dabnen und Eto' Kodos Yoshev Tehilo Yis Yisrael und Koro Zeeel Zee und Eumar Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Zewaot Melo Chola Eretz Kvodo Die Engel Gottes von Unser Reuter Baruch HaShem Baruch Kvod HaShem Im Komo durch diesen Lob von Gott auch wenn ich das nicht spüre aber mein Masel mein Neshome sieht das deshalb und damit beenden wir diese Ot was wir haben heute gelernt 4 dass der Friedeke Rebbe erzählt in Russland zu allen Juden die ihr sammelt 30 Leute sei stark sei bereit euch zu opfern achte auf die Kinder weil gerade in dieser Zeit von Exil was wir machen heute ist viel mehr wert als man etwas spürt was heißt das Repraim Vital der Schüler von der Arisal sagt wenn wir heute in unserer Generation mit so einer Dunkelheit in der Welt doch irgendeine Mitzwa machen doch ein Gebet machen doch etwas lernen es ist viel mehr wert als die höchste Stufe von die Tanaim und Amoraim und die Toregebung das heißt wir sind doch gar nichts wir sehen gar nichts wir sehen eine kommerzielle Welt die Aschen versteckt in jeder Kraft und trotzdem wenn ein Mensch trotzdem bricht die Wolken und versteht dass die Maor das Licht spielt keine Rolle wie viele Wolken ist da es trotzdem die Kraft ist da es ist viel mehr wert als wenn man das sieht Bad die Toregebung sie waren hohe spirituelle Stufe Hashem ist Maximum runter gekommen sie haben gesehen Wunder und trotzdem Hashem hat sie gezwungen die Tore zu nehmen warum es kommt eine edle Sache Menschen Menschen mögen die Gefühle die Spiritualität die Ereignisse die dem Hai zu fühlen sie denken das auch ein Teil vom Leben Moshe Rabbeinu sagt ja es ist gut aber das ist nicht die Hauptsache die Hauptsache ist das umzusetzen in Handlungen die Hauptsache ist das zu tun das was Hashem will womit ist die Sache zu vergleichen mit einer Liebe von einem Mann und Freude Liebe ist sehr gut sehr wichtig sehr eingenehm macht den größten Schmetterling aber man versteht nicht dass diese Liebe ist nur ein Starter um richtig zu fahren und richtig zu arbeiten und richtig zu handeln im tagtäglichen Leben wenn man will die ganze Zeit Starter der Autofit geht kaputt also man kann nicht fahren auf Starter Moshe Rabbeinu macht zwei Aufgaben einerseits gibt er den Mensch Starter zweitens gibt er ihm Direction wohin führt die Reise er gibt ihm eine klare Linie was soll er machen wie soll er machen ist interessant immer wenn Leute haben geschrieben ein Brief zum Rebbe Problem mit Gesund oder mit Parnose oder mit Kindern der Rebbe hat gesagt lernen sie jeden Tag Torah sagen sie jeden Tag Tehillim geben sie jeden Tag Tzedakah warum hat der Rebbe nicht geschrieben machen sie jeden Tag Meditation weil Meditation ist gut aber man braucht eine Handlung die Hashem will man braucht eine Handlung die Hashem in dieser Welt fordert und in dem Moment wenn eine Frau zindet Kerzen und der Mann macht Kiddash und gibt Zakah und betet jeden Tag und legt viel hin und talit das was der Schem von ihm will da ist die Sache sehr sehr gut deshalb die Seele hat viele Ebenen an wir gelernt manche davon spüren wir aber manche die die Masalaju die menschliche Seele sieht Göttlichkeit obwohl diese nicht direkt innerhalb des Körpers offenbart wird also die physischen Augen erkennen das nicht in die Kanäle von die Sinne aber in die obersten Glaube in die in die höhere Instanz wird man das sehen mit Gottes Hilfe nächste Woche beim Kapitel 5 da werden wir wirklich die Ursache von die Wirkung von die Seele von dem obersten Sache das eine sehr sehr spannende Kapitel 5 und deshalb werden wir warten dass alle sind dabei Shkoyach Vielen Dank.